4-1, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Hoffen wir, dass es mit dem Priester so weitergeht. Der eine Loss gegen den Kalthusard. Kalthusard, das war ärgerlich. Da lagen wir eigentlich ganz gut im Rennen mit dem Deck. Und dann Kalthusard habe ich einfach nicht totgekriegt. Er hatte nicht genug Damage, um die 8 HP wegzumachen. Und wenn er dann einmal eine Runde oder zwei stehen bleibt, er die ganze Zeit die anderen Minions traden kann, dann kommt man halt leider nicht mehr weit. Schade drum. Gegen den Mage spielen wir. Gleich mal eintragen. Powered Shield ist ganz gut. Shadow Priest ist ebenfalls gut. Dann ist es eine Late-Game-Karte. Sehr spät. Ich habe lieber mehr Early-Game. Im Moment fange ich an. Ist gar nicht so schlecht mit dem Northshire Cleric. Schade, dass der Archmage dazugekommen ist. Und der Piloted Sky-Golem. Den kann ich leider gar nicht gebrauchen. Sonst soll er nichts ausspielen, was drei Attack-Power hat. Ich weiß gar nicht, ob ich Powered Shield für den Northshire Cleric nutzen möchte. Auch Spider-Tank. Spider-Tank. So, immerhin ziehe ich ordentlich Karten. Ah, okay. Schluss mit dem Quatsch, sagt er. Ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich, ähm, die Holy Nova ziehen würde. Ich ziehe doch gerade so viele Karten. Wie wäre es denn damit? Na, einmal Holy Nova. Könnt ihr natürlich ganz gut den Leper Gnome und Hero Power. Ja, genau das. 5, 5 ist auch wieder so eine blöde Zahl. Deathlord, 8 HP, 6, 9 schon. Das ist wieder so eine blöde Zahl einfach. Zwei, drei, nur noch fünf übrig. Ich werde doch jetzt lieber den Carver Shadow Priest behalten. Behalten. Inzwischen. Den blöden Leierwolf ist nicht tot. Hau halt ab. Keiner will dich. Das ist... Komm. Keine guten Minions ausspielen. Das ist doch nicht so schwer. Drei, fünf, acht. Auch zu viel. Autsch. Ich glaube, immer unangenehmer, der Typ. Zwei, zwei. Der kann das alles killen. Ach, das gefällt mir gerade nicht so. Ich brauche meine Holy Nova. Schon die Hälfte des Decks hier durchgezogen. Und ich kriege sie nicht. Das ärgert mich gerade. Es ist viel zu leicht, den zu killen, leider. Ich muss diesen blöden Wolf wegkriegen. Kann da nicht wahr sein. Nicht gerade ideal. Kannst du auch nur aus dem Fenster gucken. Ist auch nicht ideal. Für sieben Mana war das alles blöd mit den sechs Mana Minions. Das habe ich gerade zu viele. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nächstens damit noch ein bisschen Glück. Ich denke. ... ... Ich muss ihn schon hochheilen, das habe ich ein Problem, aber ich kriege ihn nur auf 2,4. Mal gucken, ob es so gut war. Alter, natürlich kriegt er ein Stormwind Schämchen. Klarer Fall. Warum auch nicht? Was muss ich tun? Fuck, on the flanken, aber das sieht nicht gut aus. Das war ein Versuch wert. 6, 12, 15, 16. Bin ich schon tot, wenn ich mich nicht selber heile? Schade. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem bei dem Deck. Ich habe ganz nette... Ganz nette Minions. Und manche Sachen funktionieren ganz gut, aber ich habe kein wirklich außergewöhnliches... Kein außergewöhnliches Deck, womit hat manche haben, dass jetzt ein Kel-to-sat kommt und man eine coole Runde machen kann und das Spiel komplett dreht. Das ist aber jetzt das Problem. Naja. In the light's name. In the light's name. In the light's name. Und dann in der Zwischenzeit ein, zwei Mal verlieren. Aber dann verliert man, steht es 4, 2 und dann kann es auch mit 4, 3 dann gleich schon zu Ende sein. Das geht manchmal ratzfatz. Das ist ein bisschen das Problem mit dem Deck, da die Mana-Kurve nicht so ausgeglichen ist. Wenn ich dann mal vernünftig ins Slate-Game komme, dann sieht es ganz gut aus. Meistens. Ja, und das geht alles zurück. Äh, holy fire and piloted sky golem bräuchte ich jetzt noch nicht. Diese eine, äh, Direwolf-Alpha-Freund hat mir echt zu schaffen gemacht. Mir fehlt halt ein bisschen einfach direkt Einfluss aufs Spiel. Mir fehlt ein, zwei Shadow World Pains zum Beispiel, um das Early- und Mid-Game ein bisschen zu überbrücken. Wenn ich da dann halt nichts bekomme, sieht es halt mies aus. Spiele ich den mal aus. Ich glaube nicht, dass er jetzt einfach den Deck putzen kann. Und in Tall Stripe dann auch was Vernünftiges. Na, das sieht doch so aus. Ein Swipe. Tja. Dafür ist der Vorteil, dass der Swipe auf einem Einzelnen rausgegangen ist. Den würde er natürlich loswerden. Verständlich. Ein bisschen Ball-Überlegenheit mal. Den Jungle Panther wird er jetzt mit dem Lost Thor Strider wahrscheinlich traden. Da habe ich die Waschmaschine, die fertig ist. Fünf Damage reicht leider nicht aus. Ach komm, Depp. Greif ich wenigstens das Richtige an. Nee, da hat er keine Lust zu. Lieber aufs Face gehen. Ich可能 nicht. Die L Filmmeraatung war das nicht so fest. Dann ver können Sie. Dann haben wir ihn. Da ist er. Na, das ist er. Na, da ist er. Da ist er. Ich bin. Das war ganz okay so. Fünf Karten auf der Hand. Na, was ist das? Das nächste Swipe? So. Wechseln. Ja, wir behalten uns. Das ist so ein bisschen hin und her hier. Mit dem Archmage und dem Ogermagy habe ich sogar noch Sachen, um das Holy Fire zu buffen. Das ist natürlich mies. Ein Holy Fire, äh, ein Swipe war so stark. Ich finde, das zweite Swipe. Zweite Swipe? Zweite Swipe? Ja, fuck you. Fuck, ey. So ein starkes Swipe. Fünf, zwei. Das tut natürlich weh. So, aber der Patriarch hingegen tut nicht weh. Ready, Sir. So, jetzt kriege ich mal eine Holy Nova bestimmt, ne? Vielleicht kriege ich die mal, wenn ich die brauche und nicht ständig, wenn ich sie nicht brauche. Nein, natürlich nicht. Okay, okay, na klar. Holy Nova, komm! Nein, natürlich nicht. I wonder. Ich habe das Holy Smite schon mal aufgewertet. Wenn ich den Archmage ausspiele, habe ich mit dem Holy Smite sogar vier Damage. Ob ich das brauche, ist die andere Frage. So bringt er mir nicht viel. Ey, wie viele Swipes? Das wird wieder so ein... Komm, noch ein Swipe, ey. Wie der Typ gestern ist dann fünf... Oh, das hat ihn wechselt. 6, 8, 6, 2 ist blöd. 6, 7, 9. Ah, dann muss er halt seine Hero Ability einsetzen, wenn er den killen will. Es muss sein, Snake. Don't blink. Da aufzugeben, ja, mein Gott, so schnell war es nicht, aber wenn er meint, ich habe nichts dagegen, haben wir gegen den Druiden gewonnen. Geht eigentlich schon wieder mein Twitch-Chat nicht oder sagt die einfach nichts? Achso, ich wollte eigentlich nach der Wäsche gucken. Fuck. Na ja, mache ich sofort nach der nächsten Runde. Hinten hat die Waschmaschine gepiept. Muss mich ja drum kümmern. Wenn man die so lange in der Waschmaschine lässt, wird die knittrig. Die Wäsche, auch nicht gut. Anduin vs. Anduin! Das Licht wird die Gewalt bringen. Das Licht wird dich verbraten. Komm, einer und zweier Minions. Wenigstens ein zweier Minion. Also gegen den Priester. Das nächste Spiel. Und leider, oh, die Holy Nova. Sonst kriege ich sie nie. Da bringt mir der Plugel-Warrior leider gar nichts. Das ärgert ihn immer ein bisschen. Wegschmeißen möchte ich ihn auch nicht. Hm. Wenn ich ihn jetzt ausspiele, tradet er nämlich einfach mit dem. Dann kann ich auch nichts machen. Tausche ich lieber den... Don't mess with Tusk. Ich bin bereit. Ich bin nicht bereit. Jetzt mal schauen. Komm, geh aufs Face, geh aufs Face. Nice. Endlich mal eine gute Kombo mit der Holy Nova. Ja, so geht's doch. Ja, guck doch. So müsste das viel häufiger laufen. So müsste das viel, viel häufiger laufen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Holy Fire auf dem Northshire Cleric ist mal ein bisschen wie so eine Verschwendung, aber... Wenn er anfängt, sich zu heilen, nervt das nämlich auch. Ich hab jetzt einen Kartenvorteil, den möchte ich ungern wieder los aus der Hand geben. Ich glaub, wenn ich den Kartenvorteil jetzt behalte, geht das schon. Oh, schau mal. Ich hätt auch einfach mit dem Karbal Shadow Priest den klauen können. Ups, da hab ich gepennt. Das wär viel, viel klüger gewesen. Gepennt, gepennt. Naja, so ist auch okay. Schade, das war aber... Das war blöd gespielt von mir. Ich hätte ganz klar einfach den Northshire Cleric mit dem Karbal Shadow Priest nehmen sollen. Das ist ja auf jeden Fall der bessere Zug gewesen. Zum Glück hatte ich vorher jetzt eine gute Runde. Man konnte deswegen jetzt mir so einen Fehler erlauben. Normalerweise wäre so ein Fehler tödlich gewesen. Na gut, tödlich. Vielleicht mal nicht übertreiben. So, eins. In the lights name. Obey. Hm. Fünf HP könnte sein. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Special delivery! No! Es ist Klobberin' Time. Meine Augen sind örtlich. Begrüßt die Lichter. Wenn ich ihn jetzt angreife, hat er danach noch 2 HP, kann ich wieder auf 4 hochheilen. Ich bin jetzt auf 4 hochheilen. Ja, solche Light Warden sollte man öfter mal haben, eh. So, jetzt muss ich mir mal kurz um meine Wäsche kümmern. Die piept nämlich die ganze Zeit fröhlich vor sich hin. Das heißt, kurze Pause. Das ist relativ einfach, weil es nur Bettwäsche ist. Da kann ich mich ziemlich schnell drum kümmern. Nicht viel mit zusammenlegen. Keine Hemden oder so. Bettwäsche geht ziemlich schnell. Und danach geht es weiter. 6,2 immerhin. Ist jetzt nicht so schlecht. Bis gleich.